Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge des internationalen Redstone Wettbewerbs bzw. es ist das letzte Mal, dass ich sich live kommentieren werde. Ich war jetzt drei Tage krank, vielleicht hört man es auch ein bisschen, es ist ein bisschen erkältet und so, das ist natürlich schlechter, wenn man ein Virus macht. Wie ich gerade gesehen habe, wird heute der Reporter geschlossen, das heißt ich werde auch künftig da nicht entkommen, auch wenn es auf der Map ist. Ich müsste dann jetzt mal ganz inlaufen, das ist auf der anderen Seite der Kabel, das ist mal ein bisschen ungünstig. Also die letzte live kommentierte Folge, wie es so ist, werde ich jetzt im Anschluss auch gleich die Zusammenfassung zeigen. Das heißt in erster Linie der Aufbau, das Making-of, ich weiß nicht genau wie viele Folgen daraus werden, in einer werde ich es nicht alles reinkriegen, und doch eine ganze Masse, Leute am Aufbau gezeigt werden, wenn es auch nicht ganz so viele sind, wie ich anfangs dachte. Ja, wir müssen hier trotzdem noch einmal schnell rumgucken. Man sieht, haben die Lode alle noch gar nicht abgebaut. Das müssen wir die Lode entsprechend auch freuen, wenn sie dann feststellen, dass sie da ganz hinlaufen müssen. Schauen wir mal, also, ein bisschen unheimlich fand ich denn dieses, dieses Bauwerk hier vom Prinzip, was übrig geblieben ist. Irgendwie so ein bisschen nach verlassener Fabrikhalle aus. Tja, also, ich werde jetzt gleich noch abbauen, das werde ich dementsprechend nicht mehr aufnehmen. Ich habe den Aufbau kurz gefilmt damals, und denke nicht, dass es notwendig ist, dass ich jetzt zeige, wie ich es wieder abbau. Und weil ich das meiste nicht stehen lasse, außer die Straße wird abgenommen, und die Bonde werden noch gefällt, in einem hohenzus Leben, Geld. Gold, Silber, Geld gibt es ja nicht. Gott sei Dank. Ja, ähm, das wird kommen. Also, ich werde, ich denke, heute, das wird dann wahrscheinlich schon der Fall sein, wo ich dieses Video hochgeladen habe, dass ich einen Svater stelle im Forum, das ausschließlich da Videos zeigt, von mir, von anderen Spielern. Also, es ist ein Schana-Video-Thread. Und, dann werde ich noch weitere Videos hochladen. Unter anderem habe ich auch noch einige alte Videos, die ich hochladen werde. Eins habe ich schon hochgeladen, zum Beispiel Max, der am Straßenbauen ist, weil er sich beschwert hat, dass ich ihn nicht beim Aufbau von Redstone-Wettbewerb erwischt habe. Da habe ich gesagt, pass auf, ich habe noch ein Video von dir, wo du die Natur erstellst. Und, ja, das habe ich dann hochgeladen. Das könnt ihr euch dann auch in meinem Kanal angucken. Und, wie gesagt, im Anschluss folgt jetzt erst mal die Zusammenfassung des Redstone-Wettbewerbes. Dann kommen halt auch weitere Videos zum Thema Schana. Eventuell wird es auch nochmal eine benötige Server-Vorstellung geben. wäre auf jeden Fall wünschenswert, weil es gibt zwar eine, die ist aber schon sechs Monate alt und auch nicht so übermäßig gut. Und, ja, das kann man alles auf jeden Fall machen. Und ansonsten wünsche ich jetzt viel Spaß bei der Zusammenfassung. Und, ja, das kann man alles auf jeden Fall machen. Und, ja, das kann man alles auf jeden Fall machen. Und, ja, das kann man alles auf jeden Fall machen. Und, ja, das kann man alles auf jeden Fall machen. Und, ja, das kann man alles auf jeden Fall machen. Und, ja, das kann man alles auf jeden Fall machen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020